So, herzlich willkommen zum 6.0-Tutorial für unseren Sync. Auf michekordes.de gilt natürlich auch für alle anderen Server, aber ich denke, ihr kommt für die 6.0 von uns. Dementsprechend herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, wie ihr das Modpack runterladen könnt. Alle Dinge, die ihr dafür braucht, findet ihr in der Videobeschreibung und zusätzlich natürlich auch noch Verlinkungen zum Forum, denn dort gibt es nochmal alle Infos, wie ihr euch dann whitelisten lassen könnt. Das ist hier super easy, also braucht man sich wirklich keine Gedanken machen. Jetzt kommen wir erstmal zur Sache. Also, allererstes, was ihr machen müsst, ist Sync Downloaden, also dieses Programm, was ihr hier seht. Link logischerweise in der Videobeschreibung. Und dann müsst ihr einen Ordner erstellen, wo ihr das Modpack hinhaben wollt. Ich beispielsweise habe es ganz simpel auf dem Desktop. Ihr könnt das auf jede SSD packen. Wo ihr hinmöchtet, erstellt einfach einen Ordner mit 6.0 Sync oder so und dann seid ihr startklar. Das erste, was wir machen, ist folgendes. Wir fügen hier ein Search Directory dazu. Und zwar wäre das folgendes. Desktop, da haben wir jetzt hier 6.0, wo ist es, bin ich lost. Sync 6.0. Das ist jetzt der Ordner, von dem wir gerade gesprochen haben. Den fügt ihr jetzt hier hinzu. Und dann geht ihr schon in die Repositories, legt hier ein neues an und dann packt ihr folgenden Link hier rein. Der kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das heißt, bitte immer den aktuellen aus der Videobeschreibung nehmen. Aktuell ist es der hier. Port 21 und das Ganze anonym. Dann geht ihr da erstmal drauf. Ja, ihr müsst natürlich noch reinschreiben, michekordes.de zum Beispiel. Dann connectet ihr und dann habt ihr das hier. Und jetzt könnt ihr mal schauen. Auf der rechten Seite steht Updated. Das heißt, es ist ein Modpack zur Verfügung. Dann geht ihr hier unten auf den Pfeil. Das heißt, wir verbinden hin. Der überprüft das. Das kann mal eine Weile dauern. Also je nachdem, wie gut euer Internet oder auch euer PC ist, kann das ein bisschen dauern. Und dann müssen wir noch eine Kleinigkeit verändern. Und zwar geht ihr jetzt hier hin und selektiert den Ordner, den ihr davor ins Search Directory mit eingenommen habt. Und dann verbindet ihr da ganze nochmal. Checkt hier oben auf dem Haken. Und dann seht ihr hier, in diesen Ordner sollen dann diese 20,14 GB geladen werden. Plus das TS3 Plugin. Wenn ihr nämlich nicht die richtige Taskforce Version habt, könnt ihr auf dem Server weder was sehen noch reden. Die zieht ihr mit runter. Das ist ein Zusatzordner. Einfach reingehen, doppelt klickt. Dann installiert sich Taskforce Radio, das Programm, über das wir sprechen. Automatisch ist da den TS9 und seid startklar. Und dann könnt ihr im Prinzip auf Play drücken. Und dann lädt im Hintergrund das Modpack runter. Hier seht ihr, wie weit ihr seid. Und hier seht ihr, wie viel das ist. Das kann bei euch mehr oder weniger sein, je nachdem, wann ihr das runterladet. Wichtig noch zu erwähnen ist, bitte immer, bevor ihr auf den Server geht, ihr habt zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr könnt natürlich immer bei uns im Forum den Changelog angucken. Das empfehlen wir euch natürlich. Da steht natürlich dann auch dran, ob ihr synchen müsst. Was ihr aber trotzdem immer machen solltet, einmal kurz hier nochmal gegenchecken, ob das passt. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Also ich breche das jetzt ab. Ich denke, ich kriege es auch hin. Und zwar, wenn ich jetzt hier, also das ist jetzt mein Modpack, das hier ist ja das Testmodpack. Ihr öffnet AMA3 Sync und schaut kurz bevor ihr auf den Server drauf geht. Klickt ihr das an, connectet da hin. Und dann seht ihr zum Beispiel, hier ist kein Ausrufezeichen, keine rote Schrift, nix. Das heißt, ihr habt das aktuelle Modpack. Und wenn da irgendwas ist, dann macht ihr hier den Haken rein und drückt einfach auf Play und lasst es durchladen. In meinem Fall, wie gesagt, alles Gucci. Ich habe das richtige Modpack. Wir machen nämlich viele Updates und dementsprechend schaut da wirklich täglich rein. Immer bevor ihr auf den Server geht. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat geholfen. Andernfalls, wir haben ein tolles Support-Team. Schaut da gerne vorbei auf dem TS in die Wartehalle. Schreibt in die Talkpower, erzüngt Probleme. Dann wird euch nochmal geholfen. Aber ich denke, den meisten wird das Video schon helfen. In diesem Sinne, kommt gut rein in die 6.0. Viel Spaß euch und wir sehen uns im RP. Ciao. Ah, 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 ah Bis zum nächsten Mal.